Das Überleben der Dick heute in Zeiten der Überempfindlichkeit. Ernst Peter Fischer, Dirk Bäcker, Maren Winsikow. Eine andere Welt ist möglich. Wer hätte das gedacht? Das wollten wir schon immer. Überwindung des Nationalstaates, regionale Kreisläufe, der Mensch nicht als Ausbeuter der Natur, sondern als Teil der Natur. Eine völlig andere Bildung. Entkoppelung sozialer Sicherheit von Erwerbsarbeit. Hey, das wollten wir schon immer. Und es geht innerhalb von 14 Tagen. Wie geil ist das denn? Und wie haben wir das hingekriegt? Oh, ich habe so Angst. Ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Ich muss zu Hause bei meinen Kindern bleiben. Ich habe so Angst, so Angst, so Angst. Das ist super. Angst hilft. Eine andere Welt ist möglich.